Die Schwede machte bisher schon über 300 Spiele in der Dell. Die Straubing-Tigers aus der Deutschen Eishockey-Liga, live im TV-Aufsport 1, haben Verteidiger Frederik Eriksson vom Liga-Konkurrenten Kölner Haie verpflichtet. Das gaben Niederbayern am Montagabend bekannt. In 323 Dell-Partien für Köln und Nürnberg hat der 34-Jährige 49 Tore erzielt und ein 158 Treffer vorbereitet. Frederik wird unser Powerplay aufwerten und als mannschaftsdienlicher Spieler die Gruppe weiterbringen. Zudem kann er durch seine Spielintelligenz alle Situationen sehr gut lesen. Punkt. Das sind genau die Qualitäten, die die Fans sehen wollen und die wir brauchen, sagte der sportliche Leiter der TIGAS Jason Dunham. Punkt. 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 Punkt.